Servus Jungs und Mädels. Heute ist es einfach richtig chillig. Für mich spende ich halt in die Sonne und tut gerade ein bisschen schön. Vielleicht sieht man heute Mittag nach dem Baden und sonst wird es heute Röderzeit sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, jetzt schon war es gerade eine drastische Tat, da war ich viel unterwegs und sonst ist eigentlich in letzter Zeit wenig los gewesen. Also Leute, nichts sind hart heute und den nichts sind hart, wenn jemand Urlaub hat oder frei hat. Und vielleicht sieht man beim nächsten Mal beim nächsten Video, werde ich vielleicht zwei Lericks loshauen oder so.